Servus Leute, mein Name ist Genarde Gamer. Ich wollte euch was zeigen. Wir sind hier gerade auf Steam. Alan Wake ist zur Zeit für... ...14 Euro im Angebot. Ich hab's aber schon. Und jetzt kommt das geile. American Nightmare kommt auch für den PC am 22. Mai. Gute Entscheidung, Remedy. Wisst ihr, was ich jetzt tue? Wisst ihr's? In den Warenkorb. Zack, zack, weiter. Remedy, meine Kohle habt ihr. Und jeder Teil, der danach kommt, auch für PC rausbringen. Denn wir kaufen's. ... ...